So, wir haben hier jetzt die Dampfbox und du bist der Geschäftsführerinhaber? Ja, genau, der Geschäftsführer von Dampf, einer der Geschäftsführer. Und zwar machen wir die vollautomatisierte Growbox, die Dampfbox. Wird bei uns in Deutschland entwickelt, hergestellt und zusammengebaut auch. So, wir haben hier die Funktionen. Zwar über das Display können wir einmal die Belichtung steuern, Leute die Stunden einstellen, die Sonnenaufgangs-Untergangsfunktion, das Licht ist dimmbar. In der Bewässerungszeite haben wir die Möglichkeit, die Bewässerung einzustellen. Einmal am Tag, zweimal am Tag, alle zwei Tage. Man stellt die Menge ein, die Box gießt bei Sonnenaufgang automatisch. Unten drin ist ein 4,5 Liter Wassertank. Durch Anheben der Box wird der Tank unten stehen gelassen. Man kann ihn rausnehmen, reinigen, von Dünger zum Beispiel oder für Unreinigungen, die einfach im Wasser entstehen. Falls man zu wenig mal gegossen hat oder zu wenig eingestellt hat, kann man über die manuelle Ausgabe auch noch weiteres Wasser ausgeben. Bei der Klimasteuerung haben wir die Möglichkeit, die Temperatur, die Umlüfter und die feuchte Regelung einzustellen. Ansonsten gibt es die Zeitsteuerung. Jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage dazu. Wir haben hier jetzt ein geschlossenes System. Nein. Oder ist es ein offenes, also wir haben ja hier einen Lüfter. Genau, hier ist ein Aktivkohlefilter normalerweise verbaut. Der ist gerade in Strinne, deswegen scheint es gerade durch. Der ist unten verschweißen. Hier ist also normalerweise ein Aktivkohlefilter drin. Zuluft haben wir wo genau dann? Die Zuluft kommt hier hinten raus. Ah, ja. Wir haben einen heberfilter verbaut. Worüber die Zuluft nochmal gefiltert wird, um Schädlinge zu vermeiden einfach. Okay, so. Bedeutet, wir haben hier Grundfläche von, das sieht mir nach 40x40 aus, wenn ich recht sehe. Mal 1,20. Mal 1,20, okay. Ja, hier ein Skrocknetz. Das ist alles im Lieferumfang enthalten, nehme ich mal an, oder? Das ist im Lieferumfang enthalten. Wir liefern drei Schläuche mit. Wir liefern drei Sprenkler mit. Drei Hykrometer und ein Stofftopf von Grownist. Bedeutet, man hat auch erstmal die Verschleißteile, sowas wie Schläuche und gerade die Sprenkler, die auch immer gerne verstopfen, hat man in dreifacher Ausführung schon dabei. Okay, so. Beleuchtung ist auch dabei. Wenn ich mal nach hier oben schaue, sieht man jetzt auf der Kamera spärlich, haben wir hier links und rechts in einem geneigten Winkel Beleuchtung. Erzähl mal dazu was. Was sind das für Lampen und was sind vielleicht auch für LED-Chips verbaut, dass die Kenner hier mal ein bisschen ein paar Infos bekommen? Sehr, sehr gerne. Wir haben hier eine 60-Watt-Lampe. Das Panel ist von uns selbst angeordnet und bestückt mit Samsung-LEDs, Samsung-Horticals-LEDs. Sind das LM301H One oder die neuesten? Genau, die neuesten im Prinzip, die es gerade auf dem Markt gibt. Sehr geil. Wie viel Watt sind das? 60 Watt? 60 Watt, genau. Wir fahren auch sehr gute Ergebnisse damit. Von der Ernte liegt unser interner Rekord bei 106 Gramm trocken. Ich weiß nicht. So im Durchschnitt machen wir zwischen 80 und 85 Gramm, genau. Das Material wird einigen sicherlich auch aufgefallen sein. Das hier ist 3D gedruckt, wie es aussieht. Komplett von A bis Z. Sogar das Croc-Netz sieht mir fast danach aus. Genau. Erzähl mal, was ist das genau für Material? Ist hier PLA verbaut worden? Genau, wir drucken das Ganze bei uns. Es ist mit PLA. Es ist ein Kunststoff auf Maisstärkebasis, der industriell abbaubar ist, weil wir generell sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Wir haben auch ein Refurbished-Programm für unsere Aktivkohlefilter. Das bedeutet, du kannst ihn zu uns zurückschicken. Wir befüllen ihn neu für dich, damit einfach kein Müll entsteht. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Firma. Die produziert den Strom für die Produktion im Prinzip komplett. Und selbst unsere PLA-Rollen werden wieder zurück zum Hersteller geschickt, neu aufgefüllt und wieder zurück zu uns geschickt. Genau. Ja, das klingt jetzt nach einer ganz vernünftigen Sache. Gerade mit Automatisierung und so Zeug ist es ja für viele sehr, sehr spannend. Gerade wenn man sich einen Tick weniger um Pflanzen kümmern muss, ist es ja immer eine schöne Sache. Jetzt kommen wir mal zur spannenden Frage. Wie sieht es denn preislich aus? Preislich. Die Box kostet nur 1690 Euro. Man hat noch die Möglichkeit, die Box zu erweitern über ein modulares System. Das sind die Extensions. Die können mit dieser Box zusammen verbunden werden und individuell voneinander gesteuert werden. Bedeutet, man kann wirklich drei Grow-Räume schaffen. Der Fabian macht es zum Beispiel so, der erntet jeden Monat. Ja. Genau. Und die Extensions liegen bei 1190 Euro. Bedeutet, 1690 Euro für das Main-System und 1190 Euro für die Erweiterung. Bis zu zwei Erweiterungen kann man an einem Main-System anschließen. Okay. Das klingt erstmal ganz cool. Der Aktivkohlefilter. Da ist ja so ein Auslass hier oben drin. Genau. Der wird dann reingesteckt oder wie genau funktioniert das? Hier sind vier Schrauben, die schon drin vormontiert sind. Die werden rausgenommen. Der Aktivkohlefilter liegt verschweißt unten drin. Wird ausgepackt, reingelegt, mit vier Schrauben befestigt. Genau. Und somit ist man schon durch. Sehr cool. Das kommt auch genauso an im Prinzip. Das Ganze ist eine Plug-and-Play-Lösung wirklich. Da muss die Schläuche in die Quick Connection stecken, Stopftopf drauf und los geht's. Ja, sehr cool. Nice. Okay. Freut mich. Das ist erstmal ein cooler Einblick. Mal gucken. Vielleicht ist ja in Zukunft irgendwas möglich, dass man das mal für einen YouTube-Kanal testen kann. Klar, gerne. Wenn ihr irgendwie sowas macht, ich kann euch mal einfach eine Mail schreiben oder so. Gerne. Dann gucken wir mal, ob wir da was hinbekommen, weil so Automatisierungen, solche Systeme sind ja, also sowas ist halt neu. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen, gerade jetzt mit 3D-Druck hier am Start. Deshalb, sowas interessiert bestimmt viele und das sollte man auf jeden Fall mal der Community zeigen. Gerne, gerne. Wir sind auch immer dafür offen. Klar, wenn du auch mal gerne in unserer Produktionshalle vorbeikommen möchtest in Frankfurt am Main, sind wir dafür offen. Ja. Wir haben sogar deutschen TÜV, deswegen, wir haben nichts zu verstecken. Sehr gut. Kann man gerne sich bei uns alles anschauen. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für den Einblick. Danke dir. Und dann machen wir mal weiter. Dankeschön. Noch einen schönen Tag. Tschau, tschau. Tschau.